Hallo, wir sind endlich in Wien angekommen. Wir sind die neuen Miss BFF 2023. Ich bin Isabella und ich bin Marion. Los geht's! Wir sind in Wien angekommen. Heute sind wir beim Daniel Sprung. Ist das aufgeregt, Marion? Ja, voll. Los geht's! Ich mach das mit der Uhr. Auch der 90, Puls. Es geht noch. Es geht noch. Ab und nach. Es hat leider gut geregnet. Wir sind heute am Red Bullring. Nachdem wir gestern einen wunderschönen Tag gehabt haben in der Therme, geht's heute endlich zu meinem Adrenalinkick. Aber was da eigentlich vonseit unser Programm ist? Ich hab keine Ahnung, wir lassen uns komplett überraschen. Jetzt, let's go! Los geht's! Musik Spitz, ihr Brunsch! Wir freuen uns auf BIEB! Seid dabei auf allen Social Media Kanälen von der Mies. Tschüss!